10 Arten von Fortnite-Spielern. Das Gamer-Girl. Ja, okay, dann lass eine Runde Fortnite spielen. Komm, mach dich ready. Let's go. Ja, warte, ich muss mir noch kurz was aussuchen. Moment. Was aussuchen? Oh mein Gott, das ist genau mein Spiel. Oh Gott, der passt ja voll zu mir. Ja, das ist echt ein tolles... Du musst dich ready machen. Hab ich doch. Nein, du bist nicht ready. Unten rechts ready drücken. Äh, ich drück doch unten rechts. Nee, tust du... Mann, hast du schon mal gespielt? Ja, natürlich. Ich hab 400 Spielstunden. Nur weil ich eine Frau bin, ist so gemein von dir. Wie viel Geld machst du noch mal im Monat? Ist ja... Also ist jetzt auch egal. Lass einfach eine Runde Fortnite spielen. Komm, wir holen jetzt den Win und gut ist, ja. Nein, sag mal, wie viel Geld macht man da so? Nee, ist ja... Ist voll egal, wirklich. Stimmt es, dass man davon reich wird? Nein, jetzt ist ja auch egal. Brauchen wir jetzt auch nicht drüber. Ich kann echt gute Häuser bauen. Also ich hab das ja, wie gesagt, 400 Spielstunden und ich bin schon so ein richtiges Gamer-Girl, würde ich sagen. Also wenn es jemand... Ganz kurz, in Fortnite geht es nicht ums Häuser bauen, aber es ist echt nice. Natürlich geht es ums Häuser bauen. Absolut nicht. So, komm, wir werden überall Gegner sein. Wir müssen direkt drauf gehen. Vorsicht sein auf jeden Fall. Sprichst du raus? Ja. Du musst rausspringen, hallo. Wieso macht ihr das nicht automatisch, verdammt? Sprich doch einfach raus aus dem Bus, du musst rücken. Mein Gott, jetzt komm nach Pleasant Park und hilf mir. Ich lande ja vorne bei der Hundehütte, wo bist du? Hey, meine Süßen, hier ist wieder Heimus, drei für euch. Hallo, wie wärs, wenn du mir vielleicht einfach... Wie wärs, wenn du mir hilfst? Ja, ich nehm jetzt gerade ein bisschen überredet. Ey, hallo, ist doch egal. Jetzt haben wir... Hallo? Lass mir ein Follow da und heute Abend wieder ein Boot streamen. Ey, ganz ehrlich, das ist so dumm. Was? Ja, wieso hilfst du mir nicht? Komm doch mal zu mir, ich brauch dir eine Hilfe. Muss man einen eigenen Charakter erstellen können. Das ist nicht Sims, man. Wovon redest du? Hey, du bist doch hier in der Nähe. Hallo? Ja. Ah, ja, ja. Ne, ich nehm grad auf. Hallo? Ja. Ne, du musst ein bisschen mehr Ausschnitt zeigen, dann läuft es auch. Wieso machst du dir ihr Haus kaputt? Hilfe doch mal. Hallo Leute, hey. Hey Nachbarn, kann ich dir den anfreunden? Oh, schau mal, der Nachbar hat eine Schott. Ah! Ich muss auch noch meinen dummen Eiweiß-Shake trinken, damit alle denken, ich mach Sport, aber ich gar keinen mach. Der Skinflexer. Ey, ich find's echt richtig cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, egal, egal, ey. Weißt du was? Guck mal hier, weißt du, was ich für ein Skin habe, Alter? Schädeltrufer. Let's go, Alter! Woo! Der ist so rare, ganz ehrlich. Ey, ich spiele der Season 2. Ey, ganz ehrlich, ich hab auch schon die ganzen neuen Skins, ne? Die hab ich vorher bekommen von Epic Games. Guck mal hier, ey, die ganzen NFL-Skins. Richtig geil, Alter. Richtig geil, ey. Loser, du hast dort Standard-Skin. Ey, guck mal hier. No-Skin-Noob. Ja, den Skin hast du nicht, du Bob, ne? Ihr seid alles Versager. Hahaha! Ich hab alle Skins in Fahrt, nein! Ja! Das Arschloch. Ja, okay, komm, wir gehen in Lucky Landing. Ich weiß, wie es lang geht. Komm, 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 komm. Okay, cool, dann hab ich ja endlich mal einen Sieg. Ja, komm, mit mir. Scheißegal, ey. Du gewinnst ja nicht, aber ich carry dich schon durch. Du bist ja auch ein Mädchen und du kannst gar nicht spielen. Was machst du denn? Ey, 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 lass es mal liegen, lass es mal liegen, lass es mal liegen. Das ist meins, 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 meins. Oh mein Gott. Ja, meine Waffe, ey, verpiss dich mal. Ey, gib mal hier die Waffe her. Ja, ich brauch auch. Mann, verpiss dich doch jetzt mal. Guck mal hier, die Waffe, siehst du die? Und die ist mir. Ja, du bist richtig schlecht in dem Spiel, wirklich, aber ganz ehrlich, mit mir wird das schon laufen. Da vorne sind welche. Achso, ja, kein Denk für mich. Einer genockt. Ich kann dir jetzt halt nicht helfen. Einer genockt, hier, direkt finishen den Witcher, guck mal hier, den Noob, Alter, direkt wegfinishen. Kann dir nicht helfen, du hast keine Waffe, gell? Ja, ja, komm, halt mal der Maul. Ey, komm mal her jetzt. Mann, was machst du denn? Ich hab keine Waffe. Ja, Noob, Alter, guck mal hier, wie easy der war, ganz ehrlich. Oh, ich hab endlich eine. Ah, hier ist noch einer, komm, komm, komm. Oh, cool. Das sind beide und ich kann dir nicht helfen, weil ich keine Waffe habe, verdammt. Hi. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du bist doch schlecht im Spiel, Mann. Der Atmer. Wo willst du denn jobben? Sollen wir hier, äh, sollen wir Shifty gehen? Da sind bestimmt eine Menge Gegner, ich hab richtig Bock auf den Epischen, Alter, komm, let's go. Hey, ähm, du atmest, du atmest übertrieben krass, wirklich, du bist richtig krass am, hallo, ehrlich, das ist richtig. Wo landen wir? Du atmest grad, hallo, ey. Ey, es ist wirklich, es ist ganz, ganz, es ist saulaut mit dem Atmen, bitte hör mal auf. Bisschen weiter und dann kommt, Shifty Chefs, komm, let's go. Ja. Der Orientierungslose. Ich hab'n schönen Rucksack. Ja, wo bist du denn? Hey, komm mal, komm mal hier vorne, komm mal. Ey, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal bitte stehen, bleib mal bitte stehen. Ne, 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 warte, geh mal nicht alleine, geh mal bitte nicht alleine, bleib mal kurz bei mir, bleib mal kurz bei mir. Okay, warte. Hinter dir, hinter dir, hallo, hinter dir, andersrum, drehe dich mal rum. Hier vorne, links zu den Häusern, weh, komm, 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 komm her, komm her, komm her, komm her. Ah, du warst, okay. Hol dir mal ein paar Kisten hier, komm, du brauchst sicherlich noch Waffen, oder? Wo ist die Kiste? Die ist nur ne Ecke. Wo ist die Kiste? Die hab'n schon geöffnet, alles gut. Komm mal hinter mir her, bitte, komm hier Richtung N, O. Ey, du rennst, hallo, du rennst hier falsch, komm mal, komm mal her. Hä? Du renst in die falsche Richtung. Nein, 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 hier N, nein, 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 nein. Richtig tilted. Okay, ich fahr' mir noch ein paar Matze, flieg mal bitte nicht nach Tilted rein. Weil hier werden auf jeden Fall eine Menge gehen, also, ey. Okay. Geh' mal nicht, ey, geh' mal nicht nach Tilted rein, geh' mal nicht nach Tilted rein. Das ist tilted. Das ist tilted. Wo denn? Wo sind die denn? Sag mal, sag mal Koordinaten. Ich weiß es nicht. Das ist einfach... Ja, genau, du bist schon richtig. Ey, Mann, ich hasse es! Du sollst mir Koordinaten sagen! Okay, vorsichtig, hier wird irgendwo ne Falle sein. Bitte, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Lass' den Gegner, lass' den Gegner! Was machst du denn? Ach, mein Gott, Alter! Der Müllsammler. Ja, okay, nice, ich hab' beide Gegner down. Warte mal, ich sortier mal kurz mein ganzes... Ja, sehr gut. ...sch**t hier aus, den ich nicht brauche hier, so. Komm mir, Spieler. Okay, ich hab' gute Waffen, ich kann dir helfen. Nimm die blaue ruhig. Nee, ich hab' schon, ich hab' schon. Nimm du die doch. Ich hab' schon alles, was ich brauche. Okay. Boah, gut, hab' ich geilen Loot heute. Mann, hier liegt nur Scheiße für blöde Granaten und sowas, was kein Mensch noch braucht, ey. Ja, ist egal, lass' die Zone gehen, lass' die Zone gehen, dann würd' ich sagen. Wo? Warte, wo, wo, wo? Nee, ist egal, ist egal, ist nicht so wichtig. Nein, nein, ich brauch' die. Wo sind die Granaten? Mann, was ist denn mit dir? Oh, die Granaten, ich brauch' die Granaten. Oh, da vorne liegt... Hey, was machst du denn? Entspann dich doch mal, wo rennst du hin? Lass' uns in die Zone. Lass' uns in die Zone. Lass' uns in die Zone. Hä, bist du dumm? Warte, nimm doch die goldene Waffe hier mit, warum nimmst du denn das Schild mit? Ey, dann dropp doch irgendwas anderes einfach. Nein, Mann. Oh mein Gott, mit dir zu spielen ist so stressig, Mann, was soll denn das? Ah, die Scheiße brauch' ich auch nicht. Okay, lass' uns in, lass' uns... Hä, was machst du denn? Die Scheiße brauch' ich auch nicht. Lass' doch mal die Sachen... Die Scheiße brauch' ich auch nicht. Nimm doch die Schildies einfach. Die Scheiße brauch' ich auch nicht. Hallo, was ist denn mit dir? Der Matzgeier. Hey, guck mal, guck mal, mein Skin, wo bist du denn? Kann grad' nicht, ich muss Matz farmen. Ich muss hier Matz farmen, warte mal. Äh, können wir Wailing... Lass' Wailing Woods. Nee, hauen wir da unten. Wailing Woods, Wailing Woods, wirklich. 999 Matz, das ist das Beste. Wird für jeden Bildfalt gerüstet, ich sag's dir, Alter. Ja, aber erst mal Waffen, sonst sterben wir wieder. Ja, ja, klar, klar, klar. Dann kannst du mir ein paar Matz geben, vielleicht. Geht's dir gut? Geil, ja, nee, alles gut, alles gut. Hier vorne die ganzen... Oh, so viele Bäume. Oh, nein, ey. Kannst du mir schnell deine Matz robben? Bitte drop' mir deine Matz, drop' mir deine Matz, drop' mir deine Matz, drop' mir deine Matz. Ich liebe Matz! Ich hole mir alle Matz, ich hole mir alle Matz. Hey, wer bist du denn? Mann, verpiss dich mal, ich will meine Ruhe. Alles gut, alles gut. Oh, oh, da kommt ein Gigabyte. Oh, bei dir. Egal, egal, egal. Ich hole mal hier, ich hole mal hier. Oh, guck mal hier. Oh, die ganzen geilen Matz, die ganzen geilen Matz, die ganzen geilen... Hey, was ist das denn? Nein! Meine ganzen Matz, nein! Egal, nächsteunde wieder Farmen. Der Zonen-Struckler. Okay, komm, 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 die Zone kommt, die Zone kommt, die Zone kommt. Nein, 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 ist egal, ist egal, ist egal, komm, die Zone kommt. Entspann dich jetzt mal, komm mal bitte, flieg mal. Ey, komm doch mal hier oben auf die Rampe drauf, Mann. Es tut weh. Dann heil dich doch hoch, heil dich doch hoch, bitte. Ich hab nur einen Verband. Gnu, bitte, Mann, das ist doch nicht dein Ernst, was ist denn mit dir? Warte, warte, ich muss mich heilen, warte, ich muss mich heilen. Oh, verdammt, ist halt abgebrochen. Ich werde abstürzen. Okay, komm her, komm her, komm her. Ich stürze? Gnu, genug, genug, warte, ich zieh dich hoch, ich zieh dich hoch, ich zieh dich hoch. Wir müssen direkt weiterlaufen. Oh mein Gott, hast du noch Verbind? Oh nein. Ich hab gar nichts, ich hab gar nichts, ich hab gar nichts. Ich muss auch direkt in die Zone rein, Gnu. Okay, alles gut, alles gut. Okay. Oh Gott, Revi, schaff's nicht, Revi, schaff's nicht. Gnu, beeil dich bitte. Komm, 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 komm. Komm einfach hinter mir. Nein, Revi! Die Explosifreak. Okay, ähm, äh, Gnu, Gnu, wir, wir gehen, äh, wir gehen nach Paradise Palms, da gibt's richtig viele Granaten und Raketenwerfer immer, da hab ich, ich hab da Untersuchungen drüber gemacht, da sind die meisten Raketen und, äh, Raketenwerfer. Oh, geil. Oh, da oben sind Granaten. Oh ja, geile Granaten. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja. Bomb, bomb, bomb. Ja, 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 stirb, stirb. Ja, ja, stirb, ja, ja, stirb. Oh mein Gott. Ja, du Noob. Bleib, bleib da, bleib da. Ich hol mir den Raketenwerfer, alles gut. Er finischt mich. Oh, Raketenwerfer, warte, warte, warte. Da vorne, da vorne ist einer. Das wird niemals was, oh mein Gott, Mann. Komm, den bring ich um, den bring ich um, den bring ich um, den bring ich um. Nein! Schei... Mann! Ich brauch so einen Raketenwerfer! Das Fortnite-Kiddy. Gnu, guck mal, das hat mein Fortnite-Tief an, guck mal. Oh, süß, guck mal, wir sind gleich angezogen. Schau mal. Gnu, ich bin ja sieben Jahre alt, komm, wir spielen ein bisschen Fortnite zusammen. Ich muss einen epischen Sieg haben, Gnu. Hast du noch keinen epischen Sieg? Nein, ich hab noch gar keinen epischen Sieg. Kann ich eine Passage-Karte haben, damit ich Skins bekomme? Ja, ich kann es nicht. Du musst ein bisschen, kannst du mal von dem Auto runterkommen? Gnu, ewiger ist das vom Auto. Wie heißt du eigentlich mit dem richtigen Namen? Martin. Hier, Martin. Ich geb dir jetzt mal hier was zu trinken. Das nimmst du jetzt. Martin? Gnu, was muss ich machen? Martin, 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 drück mal gar nichts. Genau. Gnu, was muss ich machen? Martin, nein, Martin, schau mich an. Martin! Martin, komm da runter. Martin, das ist viel zu laut. Martin, Martin. Martin! Martin! Das geht nicht. Du wirst das nix mit dem Skin. Wir wollen dir doch einen epischen Sieg holen, Martin. Gnu. Deswegen musst du einfach mal aufhören. Martin, dreh dich bitte um. Das geht nicht. Martin, hör auf. Du hörst direkt aufs Meer zu, Martin. Martin, halt an! Martin! Wie, halt dich an! Oh mein Gott, Martin! Nein, Martin! Ich muss mich retten. Martin, nein! Martin! Nein, Martin! Nein, Martin! Martin! Ich bin gestorben! Der Hysteriebauer. Nein, Hilfe! Nu, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Alles gut! Alles gut! Nu, ganz ruhig, ganz ruhig! Den Toning, alles gut! Ich hab keine was! Oh nein! Ich habe mich g-nockt, alles gut! Oh mein Gott! Ist down, ist down! Alles gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich stoßen ab! Ich stoßen ab! Hier ist einer bei mir! Aller bei mir! No Panic! Bei mir! Oh mein Gott! Wo bist du? Ich hab ihn down! Alles gut! Alles gut! Geht's dir gut? Ja ich glaub' Oh nein! Hör mal auf zu paniken! Hör auf! Nuh was machst du denn?! Keine Panik! Du schaffst das! Oh mein Gott! So Leute! Leute, das war's von diesem wunderschönen Video mit saftiges Gnum-Tönen-Arten von Fortnite-Spielern, Teil 1 von 59. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und checkt auf jeden Fall den Part von Gnum aus, der ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Und da bin ich raus, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschau tschau!